Willkommen zurück bei Empyrean. Heute mal wieder vom Server, also nicht von meinem normalen Let's Play, sondern mal was besonderes. Und zwar habe ich mir so gedacht, da ich ja eigentlich so oder so nur relativ quadratisch praktisch gut bauen kann. Das werdet ihr an meinem kleinen Raumschiff sehen. Also das kleine Raumschiff steht drin, große ringsherum. Das ist ja auch relativ, ja, sage ich mal, seinen Zwecken dementsprechend. Da ist mir so eingefallen, was ist so die einfachste Form, die es an Raumschriften bei verschiedenen Serien-ETC gab. Das wäre eigentlich ein Würfel. Und das wäre eigentlich in Richtung Cyborg denn nachher. So, da ich ja weiß, dass ungefähr 200, oder ich weiß es nicht, oder was habe ich gesagt, 260 mal, dementsprechend von da aus bis runter zum Kern, möchte ich jetzt eigentlich mal wissen, wie groß kann ich eigentlich so ein Würfel bauen. In Richtung, ja, Cyborg. Das wäre doch mal so eine richtig, richtig Herausforderung. Vor allen Dingen das nicht im Kreativen zu bauen, sondern hier auf dem Server. Ich habe mir erstmal jetzt hier knapp über 2000 Stahlbrücke eingebaut, nur um grob die Abmaße herzustellen, um überhaupt zu sehen, wie groß kann ich sowas überhaupt machen. Und da ich jetzt keinen Bock habe, in den Hangar rein zu jumpen und mit dem kleinen loszufliegen, oder machen wir doch mit dem kleinen, weil das kostet nämlich nicht so viel Energie. Äh, machen wir nur mit dem kleinen. Kann ich euch aber hier nochmal kurz, äh, kommst du hier? So, ja, hier bloß eine kleine Vantage. Eben, hier mein ganz kleiner Lagerraum, wenn ich doch mal auf lange Tour gehe. Das Ganze habe ich hier, die ganze Plattform habe ich hier mit Geschützen abgesichert, dass, falls doch Drohnen kommen oder sowas, dass sie mein Raumschiff nicht so ganz so platt machen. Irgendein kleiner Craftingraum. Und dann, ach, muss erstmal was essen, sehe ich gerade. Ähm, bevor ich da die, Unternehmung starte. Ich könnte jetzt noch ein bisschen dauern, weil hier oben habe ich noch nicht so viel. Ähm, das macht da noch ein bisschen was. Ähm, wir machen hier zumindest zwei noch mit da rein. Sauerstoff habe ich auch ein bisschen. Sollte erstmal so reichen. Ähm, ja, Raumschiff hat eigentlich auch noch so viel. Hier eine Doppelschleuse. Ähm, und, äh, ja, gleich mal abgekoppelt hier. Und Abmarsch. Einen kleinen Schluck trinken. Solange es wie es ein Kind im Weltall geht. Muss ich denn nun mal nach auf die Karte gucken, wo ich das hinbaue. Nicht, dass ich das wieder versauschlample, das Ding. Ähm, ich baue eigentlich immer gerne zwischen Mond und Erde. Dann finde ich es zumindest immer mal wieder. Also nicht in Richtung Astroingürde, weil doch da ein paar Drohnen rumschwirren. Weil das wird jetzt doch mal, denke ich mal, ein bisschen Platz wegnehmen. Schon mal Jetpack und Helm aufgesetzt. So. Haben wir zumindest ein bisschen Treibstoff, Treibstoff mit, ja. Äh, äh, da bin ich mal gespannt. Weil wenn ich, dann könnte man das eigentlich in Richtung 400 mal 400 Blocks treiben. Das ist schon relativ groß. Schon sehr groß, sag ich mal. Ich denke mal, ich werde es auf, ja, 300 mal 300 begrenzen. Weil, das ist doch schon mal eine Hausnummer für sich. Da das Ganze 400 mal 400 zu machen, eh. Weil das sind ja jetzt schon insgesamt drei Blocks, ja. Ähm, die zählen wir mal, ei mein man nicht mit. Oder? Weil dann kommen wir immer bei einer ungeralen Zahl raus. Äh. Bei drei. Das ist doch mal klar. Wie machen wir es denn? Bei zehn kann ich so oder so hier, naja, da ist immer ein halber Block dazwischen. Dann sind immer neun halbte nachher. Äh. Sind wir uns einig? Wir zählen das nicht mit. Sonst gibt es noch Streitereien. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Achso, das wird jetzt eine Listzieherzählerei. Okay. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Punkt. So, also jeden zehnten Block werde ich hier einen Punkt setzen. Dass wir das eventuell noch mal überprüfen können, aber werde ich so oder so nicht machen, aber dass ich es zumindest nicht durcheinander kümme. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zehn. Punkt. Gut. Demnächst werde ich auch nicht mehr mit laut, also nicht mehr laut mitzählen. Das wäre ein bisschen schwachsinnig. Der da muss weg. So. Jetzt seht ihr ja schon mal, der Sätze, 60 insgesamt plus drei Blöcke, 63. Breit. Wenn ich das in 100 Blöcke jeweils mache, das sind ja 200 Blöcke. Da gehen 200 Blöcke nur für eine so eine Linie drauf. Und da ist man ja schon im Kreativen schon Jahre mit beschäftigt. Ja, dann machen wir es 100 mal 100 oder sowas in der Richtung. Also jetzt ja noch mal zwei Jahre ran. Weil das ist eigentlich schon ein, also 100 mal 100 mal 100. Das ist eigentlich schon ein, ja, ein relativ großes Ding für sich. Weil jetzt habe ich ja erstmal den Nahrer 100 in der Breite, 100 in der Länge und 100 so. Da sind ja schon über 300, also sind ja schon 300 Blöcke weg. Nur für ein, ja, nur erstmal für eine breite Länge Höhe. Jetzt wird mir erstmal bewusst, wie viel, ja das würden ja, wie viel Ressourcen anhegen. Ja, dann machen wir es 100 mal 100 mal 100. Das sollte zureichen. Also sind hier dann 113 mal 113 mal 111 oder sowas. Aber das sollte jetzt ja nicht auf die 1, 2 Blöcke, sollte es denke ich mal nicht ankommen. Ja, einfach zählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei, zehn, boop. Das ist halt immer noch junger Sonn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sollte doch eigentlich hier sein. Dann fülle ich das immer an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neune, zehner. Gut. Passt soweit. Passt auch. Passt auch. Da habe ich mir schon verzählt. Na ja. sagen wir mal grob 100 über 100 über 100 über 100 soll das ganze hier mal werden mal schauen wie viele Jahre ich werde überhaupt das Eisenerd zu besorgen weil hier auf dem Zuhörer eben das werden lange Nächte werden um da überhaupt das alles ranzukriegen so dann machen wir das hier erstmal weg hier hinten tu dann was weg so das ganze wird ein bisschen näher jetzt habe ich erstmal die Flügel herangebaut das ganze geht ja nochmal 50 hoch 50 runter 50 hierher 50 dahin ungefähr auch wie gesagt plus minus 5 wollen wir uns da nicht wirklich festlegen weil das doch hier im Weltall mit hin und her bauen doch manchmal ein bisschen tut man sich doch mal ein zweimal verzählen und das sollte dann nicht das Problem sein dass dann aus dem Würfel dann doch ein Qualer geworden ist also erstmal soweit von dem Anfang vom Cube und dann hoffentlich demnächst dass ich hier fertig werde aber das werter sehen zumindestens immer schrittweise wie ich voranschreite also bis dahin Ciao Ciao